Moin moin ihr Schnüffler, da bin ich auch mal wieder mit einer kleinen Runde Need for Speed Most Wanted. So, die Rennsiegel haben wir durch, aber was gibt es hier denn noch so? Ja, 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 alter, komm, den kleinen machen wir noch. Ach, er hat mir irgendwie noch Bock auf eine Runde Kugel, der Mainstein weder. Noch mal. Metro, Nivo, dann haben wir ja bald schon Victor. Na, 13, dann warte ich bald. Warte, warte. Alter, musst du mir Weg fahren? Alter, dein Motor dreht aber krummisch hoch. Oh, noch ein bisschen gesetzt. Oh, das ist jetzt nicht so. Mit einer Kurve sollte man kein Niedrugel wirklich geben, das kommt nicht gut. Zack. Leepus ist rausgeflogen. Da fliehen wir raus. So weiter weg. Ja, wenn wir raus fliegen, das wird heute fliegen. Schau, guck auf das Kleine rein. Ja, wir fliegen da raus. Das ist doch nicht. Dann kommt das. Oder auch nicht. Na, wenn wir so fahren, doch. Nicht. Hust ist rausgeflogen. Jetzt gehts wirklich um den letzten Platz hier. Weil zweieinhalbtausend mehr haben oder nicht? Das ist schon ein kleiner Unterschied. Solche Kurven sind manchmal zu nah wieder. Check. Ich muss eigentlich gleich in der Tasche haben, weil ich saß noch nicht zu laut. Ich bin hier gut rumgekommen. Äh, hier. Naja. Alltags. Zack. Der nächste Rennen gewonnen. Weiter. Zack. Zack. Was haben wir hier? Rechte Meilensteine. Wie sieht das mit Kopfgeld aus? Ja. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Äh. Einen Moment kurz. Wieso bin ich wieder? Ich wurde gerade kurz unterbrochen. So. Dann machen wir eben noch die beiden Radarfallen. Oh, wer weiß. Vielleicht fordern wir Vector noch raus in diesem Rennen. Nach diesem Punkt. Ach, da kein Nitro. Scheiße. Egal, die sieht ein bisschen weiter weg raus. Wir haben das geschafft. Jo. 5000 Kopfgeld. Mia. Hier ist Mia. Ich habe ein paar nützliche Infos über die Cops. Du kannst sie abschütteln, indem du dich an bestimmten Orten versteckst. Ach echt? Du musst nur aufpassen, dass du aus der Sichtlinie verschwindest. Diese Orte sind überall verteilt. Halt die Augen danach offen. Ja, tue ich doch immer. Nächster. Da haben wir doch schon alle Meilensteine. Kopfgeld. Ja. Machen wir den hier auch noch. 170. Da muss ich nur noch Kopfgeld 10.000 sammeln. Da haben wir es so geschafft. Ohne Nitro. So. Weiter. So. Meilensteine haben wir hier noch. Ziel in einer einzigen Verfolgung. Ein Kopfgeld von 5000. Danach musst du in der Verfolgung entkommen. Ja. Wir brauchen eh 10. Kopfgeld. Dann haben wir diese Part-Grippe. Das ist alles. Erstmal müssen wir die Verfolgung. Abnachten. Verdächtiges Fahrzeugen ist. Oh. Wir brauchen die Vorbilds. Es war ein deutlich zu stellen unterwegs. Verdächtiges Unterwegs in Richtung Westen. Am Forschungszentrum dabei. 90.000. Einmal haben wir da irgendwas. 80.000. 10.000. Nein. Das sind 9.800 Leute. Wir sind bald schon Fahrzeugstufe 2. Nein. Wir fahren mal spazieren. Kollege. Jetzt habe ich dich mal eingekesselt. Haha. Ja. Das ist total. Wir müssen fliegen gehen. Klopp. Weiter fliegen gehen. Schlimm. Schlimm. Das ist口gehell der. Ja, das ist der Teil, wir sind noch Fanghausstufe 1, das dauert ein bisschen, Leute, das dauert. Ich könnte auch mal auf die Cops warten, aber... Ich will nicht mehr durch. Hallo! Ich bin nicht. Boi! Copsi, Copsi! Ah, ich bin nicht. Nein, ich bin nicht. Ich bin nicht. Es ist noch ein bisschen. Noch ein bisschen, Leute, noch ein bisschen. Ich bin in der Sicht, wir wollen nicht weiter Oh, ich bin in der Sicht Und alle vier, die sind in der Sicht Und alle vier, die sind in der Sicht Ich bin in der Sicht Ich bin in der Sicht Ich bin in der Sicht Das ist der Ort, die alle zusammen zu kriegen Aber wir haben noch Zeit Wir haben noch Zeit So, jetzt haben wir noch ein Himmchen Ja, so wird das Ja, so geht's auch Ja, so geht's auch Ja, so geht's auch Ja, wir brauchen noch ein bisschen Die kommen hier aber alle angehörst Scheiße Ja Wir können doch nicht so wischen Und dann erwischen zu lassen Wäre ein bisschen scherzer Sonst wird man von vorne Leute, kastet aus Ich krieg die gerade, ich guck mich zerstört gerade Boah, wir brauchen mal einen Hohenstopper holen Ja Ach, da fang ich da schon Ja Ja, super geklappt Ja, super geklappt So, damit ist nun einheitlich Ja Den appeln, dann können wir Abbrechen Ja Noch was Was wie Verstärkung Ich hab keinen Bock auf Verstärkung Tut mir leid Ich muss ja mal einfach ohne mich machen Tschüss Oh, noch mal gut gerettet. So, weg hier. Rein kann man weg. So, hinterlegen. Ey, diese kleinen Pisse. Müsste ich doch hier auf dem Weg bauen. Ich muss abhauen, ich hab keine Zeit für. Egal, das ist aber für mich so ein bisschen Kopfgeld. Oder schubst du mich ab? Okay. Aufhol. Nein, 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 nein. Ich bin hier auf der Weg. Scheiße. Weg, 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 weg. Fuck. Fuck, hier. Ey, da sind wir gerade. Oua. Miese Pisse. Schlese, ich muss mir in Ruhe. Ich hab hier nichts getan. Rassenruhe. Weg, 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 weg. Schade, ich hab fast einen Elkohäler eindrücken können. Weg hier. Um. 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 Oh, ich hab nichts verstärken. Kommt und fast weg. Also weg hier. Schade. Delta 16. In der aktuellen Situation gewinnt. Oh, hey. Man kriegt die einfach nicht weg. Das ist recht nicht so. Hau doch endlich ab, Mensch. Langsam. Nee. Nee. Ich komm hier gefühlt auch nicht vom Heidelberg. So. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Danke. Danke. Boah. Noch mal 31.000 Mal gezogen. Holla. Leute. Wick ist dran. Das ist der Trottel, von dem ich dir erzählt habe. Razors Prügelknabe. Er hat dich herausgefordert. Streich ihn also von der Blackbust. Das sollte Razor und seinen Leuten eine Lehre sein. Ich unterstütze dich, bis du es geschafft hast. Ja, Leute. Und mit diesen Worten unterstütze ich euch auch, bis ihr das abonnieren geschafft habt. Und liken und kommentieren. Also, liebe Schnuffner. Bis zum nächsten Mal bei Need for Speed. Most Wanted. Yeah. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.